Musik Ich wusste es, ich wusste es. Dieses Ding, ach, das bringt mich noch zu Verzweiflung. Warum geht das jetzt nicht an dieser Stelle? Hallo? Wie war das? Wie öffne ich den Taskmanager nochmal? Steuerung alt entfernen. Steuerung alt entfernen. Steuerung alt entfernen. Ach, Mann, das funktioniert nicht. Ne, ne, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Ich kann mir das nicht mehr geben. Das Ding kommt auf jeden Fall in den Müll. Äh, Mr. Handsome? Mr. Handsome? Äh, du, Pia, kommst du? Wir wollen dann los. Äh, Hannah, Dave, geht schon mal vor. Ich komme danach. Ich muss hier nur noch was klären. Na gut, okay. Hannah, wir gehen da mal vor. Mr. Handsome? Mr. Handsome? Das gibt es doch nicht. Äh, ja, Pia, was ist denn? Du weißt, dass es heute aber keine Schülersprechstunde gibt bei mir. Äh, ja, das weiß ich. Die ist ja immer, äh, an jedem zweiten Montag oder so. Keine Ahnung. Genau, jetzt nach großen Pause. Die ist ja jetzt nicht. Äh, ich wollte was anderes. Nur ganz kurz, äh, kann ich mich setzen? Ja, klar, komm, setz dich. Ein paar Minuten habe ich noch. Äh, Mr. Handsome, ich habe eine Frage. Sagen Sie mal, äh, wo wohnen Sie eigentlich? Äh, wo ich wohne? Äh, warum möchtest du das denn wissen, Pia? Ist irgendwas, äh, sollte ich irgendwas wissen? Äh, ich dachte, vielleicht, äh, möchten Sie ja noch ein Glas von der leckeren Orangenmarmelade. Und, äh, meine Mutter meinte, dass, äh, sie Ihnen sonst noch ein Glas vorbeibringen würde, wenn sie ihre Adresse hätte. Deshalb frage ich, wo Sie wohnen. Äh, dein Ernst? Wirklich? Also diese Orangenmarmelade, die war sowas von lecker. Nach zwei Tagen war die schon leer bei mir. Also gerne mehr davon. Äh, ich wohne im, äh, Schleichweg Nummer 16. Kannst du das merken? Also das kann dann deine Mutter oder auch gerne du. Ihr könnt das dann vorbeibringen. Und ich zahle natürlich auch, wenn es sein muss, ne? Überhaupt kein Problem, weil so eine leckere Marmelade ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, nee, nee, kommt gar nicht in Frage. Das ist natürlich ein Geschenk, Mr. Handsome. Ach, jetzt habe ich seine Adresse. Also ich dachte, mit dem Laptop hier, da wäre mein Tag im Eimer. Aber mit der Orangenmarmelade, also das kann ja nur besser werden. Dann wollen wir mal klingeln. Ich hoffe, es ist jemand zu Hause. Hm? Mama? Papa? Oh, ich habe es total vergessen. Die sind ja heute gar nicht da. Und ich habe keinen Schlüssel. Hoffentlich haben sie die Tür oben aufgelassen. Das werde ich gleich herausfinden. Mann, ich will endlich meinen eigenen Schlüssel haben. Och, kommt mir eigentlich echt gelegen, dass die nicht da sind. Dann kann mich auch niemand von meinem Plan abhalten. So, erstmal die Schultasche ablegen. Und dann nehme ich auf jeden Fall den roten Stift. Weil rot ist ja die Farbe der Liebe. Okay, ich werde jetzt Mr. Handsome einen Brief schreiben. Einen Liebesbrief, in dem ich meine ganzen Gefühle für ihn hinschreibe. Wenn Hannah hier wäre, würde sie mich sicher davon abhalten. Aber sie ist ja nicht da. Und meine Eltern auch nicht. Also, was schreibe ich? Lieber Mr. Hans... Mr.? Oh nein. Ich kann doch nicht Mr. Handsome schreiben. Dann weiß er sofort, dass ich eine Schülerin bin. Also doch mal, nächster Versuch. Lieber Harry. Genau, so heißt er ja mit Vornamen. Ich liebe... Und jetzt du oder sie. Ach, dich oder sie meine ich. Also, wenn ich jetzt sie schreibe, dann weiß er auch, dass ich eine Schülerin bin. Dann lieber dich. Ja. Lieber Harry, ich liebe dich. Oh, jetzt ist es raus. Was schreibe ich denn noch? Das ist irgendwie noch nicht genug. Vielleicht, was ich noch an ihm mag. Oh, er hat so schöne Haare. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Deine Haare sind so schön. So, und jetzt muss ich natürlich auch noch unterschreiben. Aber er soll ja nicht wissen, dass es von mir ist. Also, deine... Ja, deine Verehrerin. Aber wie schreibt man denn Verehrer... Ver... Das ist schon mal richtig. V-E-R. Und dann Verehr... Verehr... Oh Mann, ich komme einfach nicht drauf. Verehrerin, Verehr... Ich weiß nicht, mit E oder mit R? Mit H? Ich weiß es nicht. So, müsste es richtig sein. Ä-ra-rin, Verehrerin. Ja, genau. Oh, es ist geschafft. Ich habe den Brief fertig. Ich bin mal gespannt, wie er ihn finden wird. So, jetzt noch das Ganze zusammenfalten. Und dann male ich noch ein schönes Herz da drauf. Oh, jetzt ist das... Oh nein. Jetzt habe ich das ganze Herz verschmiert. Jetzt findet er den Brief bestimmt nicht mehr gut. Egal, ich habe mir große Mühe gegeben. Jetzt ab damit in den Ranzen und los geht's. Mach jetzt keinen Rückzieher, Pier. Der Brief ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch zu seinem Haus gehen. Nummer 16, genau. Hier muss es sein. Oh, das ist aber ein schönes Haus, wo Mr. Hanson drin wohnt. Ob ich da wohl auch später drin wohnen werde? Ich hoffe, mich sieht hier niemand. Nicht, dass mich hier jemand erkennt. Und dann... Oh, wenn jetzt Mr. Hanson kommen würde, der würde direkt sehen, dass der Brief von mir ist. Also, es ist weit und breit, keiner zu erkennen. Gut, dann... Dann werfe ich jetzt den Brief ein. Mach's gut, Brief. Hoffentlich gefällst du deinem Empfänger. Oh, ich habe gar keinen Empfänger draufgeschrieben. Ach egal, da steht auf jeden Fall lieber Harry. Er wird schon wissen, wer gemeint ist. Aber jetzt schnell weg, bevor mich jemand sieht. Äh, du Harry, äh, guckst du bitte nochmal in den Briefkasten? Ich gehe schon mal rein. Ja, klar, mache ich, Schatz. Oh, ich hoffe, keine weiteren Rechnungen. Ach. Ja, nun, was ist das denn? Dann... Ist das ein Brief mit einem Herz drauf? Hä? Lieber Harry. Äh, das bin ja ich. Versteht ihr? Ich liebe dich. Deine Haare sind so schön. Wer hat das denn geschrieben, bitte? Deine Ver... Äh... Äh... Raaarin. Okay, okay. Das muss wahrscheinlich von der Schülerin oder so sein. Also, ich habe ja ewig kein Liebesbrief mehr bekommen. Und dann noch von der Schülerin? Das ist ja witzig. Naja, gut. Also, ich kann mir schon denken, von wem der Brief ist. Ich meine, die Schüler wissen nicht, wo ich wohne, bis auf eine, na? Von wegen, Orange-Marmelade. Na, wo ist sie? Und dabei habe ich mich so drauf gefreut. Ach, nö. Neun mal fünf sind 45. Hm. Ich glaube, das müsste jetzt alles richtig sein. Oh, Mann. Das erste Buch habe ich jetzt schon komplett durchgearbeitet. Das ist schon die, hm, bestimmt zwölfte Seite, die ich schreibe. Oh, dass dieser Weihnachtsbaum so nadeln muss. Hm? Hat gerade das Telefon geklingelt? Oh, das kommt mir gerade gelegen. Ich könnte wirklich den ganzen Tag damit verbringen, diese Nadeln ständig wegzufegen. Also, irgendwann kommst du weg. Hallo, Claudia Vogel? Ach, du bist Pia. Hallo. Ja? Hanna ist zu Hause. Soll ich sie dir mal geben? Hanna, Telefon, Pia? Oh ja, Telefon für mich. Da laufe ich schnell runter. Und ich habe ja zum Glück auch schon ein Buch durchgearbeitet. Hm, ich hoffe, Mama ist nicht mehr so sauer, weil ich die Schule geschwänzt habe. Vielleicht lässt sie mich jetzt ja rausgehen. Immerhin war ich sehr fleißig und habe wirklich schon ein komplettes Buch durch. So, bitteschön, Hanna. Hm, danke. Hm, hallo Pia. Ja, ich bin's, Hanna. Hallo. Hm, was gibt's denn, Pia? Du willst vorbeikommen? Was ist denn los? Äh, ich weiß nicht, ob ich darf. Ich muss mal kurz fragen. Mama, darf Pia jetzt gleich vorbeikommen? Ich habe auch schon das erste Mathebuch durchgearbeitet. Bitte, bitte. Also, wenn du wirklich schon fleißig gewesen bist, dann klar. Warum nicht? Oh, super, danke. Ja, Pia, geht klar. Du kannst gleich kommen. So, also jetzt bin ich wirklich fertig damit. Wenn du noch ein kleines Nädelchen verlierst, dann bist du reif für den Müll. Ach, da ist Pia ja auch schon. Hallo Pia, immer hereinspaziert. Geht's dir gut? Äh, ja, ja, Frau Vogel. Alles in Ordnung. Ich gehe dann schon mal zu Hannah hoch, okay? Oh, äh, das tut mir natürlich leid. Also, das wollte ich nicht. Der schöne Baum. Ups. Äh, kein Problem, Pia. Geh einfach nach oben zu Hannah. Ich mache das schon. Oh, ich habe das gerade alles zusammengefegt. Oh, dieser Baum. Ach, ich mag Weihnachten einfach so gerne. Am liebsten würde ich den Baum das ganze Jahr über haben. Aber vielleicht tue ich mir einen aus Plastik. So, die Übungssachen kommen jetzt alle weg. Und, ja, dann kann ich mal an was anderes denken. Hey, Hannah, ähm, was machst du denn da? Ach, Pia, hey. Ach, und nichts. Ich habe nur was weggeräumt. Hallo erstmal. Lass dich drücken. Okay. Pia, setz dich doch. Dann kannst du mir erzählen, warum du hier bist. Und ich habe dir auch was zu erzählen. Hm, also erinnerst du dich, letztens, als ich etwas später zur Schule gekommen bin? Ja. Äh, da war ich gar nicht beim Arzt. Da habe ich die Schule geschwänzt. Und deswegen ist Mama ziemlich sauer auf mich. Und ich habe viel zu tun. Also, sie hat mir viele Aufgaben gegeben, die ich jetzt immer machen muss. Was? Echt? Du hast die Schule geschwänzt? Das hätte ich ja nie von dir gedacht, Hannah. Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie in letzter Zeit echt keine Lust auf die Schule. Vor allem, weil unsere Lehrerin immer so blöd zu mir ist. Oh Mann, ja, die Mathelehrerin. Ich finde die echt total... Ich weiß auch nicht. Ja, total, total fies. Ich bin zu dir vor allem. Und Pia, jetzt raus mit der Sprache. Was wolltest du mir denn erzählen? Äh, also... Den einen Nachmittag, ähm, da war ich allein zu Hause und ich hab, äh, 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 Mr. Hanson habe ich einen Liebesbrief geschrieben und den bei ihm zu Hause eingeworfen. Pia, bist du verrückt? Der kennt doch deine Schrift. Und außerdem, der ist doch viel zu alt für dich. Und ich glaube auch, Papa hat gesagt, dass der eine Freundin hat. Was? Meinst du wirklich, dass er jetzt weiß, dass der Brief von mir ist? Oh Mann, das wäre so peinlich. Ich hab extra geschrieben, deine Verehrerin. Und nicht mit Pia unterschrieben. Und jetzt hat der auch noch eine Freundin? Oh, Backe. Oh Mann. Pia, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Komm, setz dich. Beruhig dich. Der Brief ist jetzt weg. Also den kannst du nicht mehr zurückholen. Den hat er eh gelesen. Oh, irgendwie bereue ich das total, dass ich diesen Brief geschrieben hab. Ach, du bist einfach verliebt. Ich weiß, wie das ist. Pia, bei Mr. Hanson hast du echt keine Chance. Such dir doch lieber jemanden in deinem Alter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Papa gesagt hat, dass er eine Freundin hat oder vielleicht sogar verheiratet ist. Oh Mann, aber Hanna. Ich find den so toll. Und wenn er jetzt verheiratet ist. Aber der ist doch stein alt. Komm schon, Pia. Sei nicht traurig. Kopf hoch. Pia, also vielleicht ist er ja doch nicht verheiratet. Ich weiß nicht. Wir müssten vielleicht ein paar Sachen über ihn rausfinden. Was hältst du davon, wenn wir uns auf die Lauer legen und ihn beobachten? Du weißt doch jetzt, wo der wohnt. Oh, das würdest du machen, Hanna. Das wäre super cool. Hauptsache, er wischt uns nicht. Komm, Pia. Ich frag, ob wir raus dürfen. So. Jetzt steht er wieder. Ach, so toll dieser Baum. Du Mama, dürfen wir vielleicht kurz rausgehen und spielen? Ähm, also sind die Hausaufgaben denn erledigt? Soweit alles durch? Ja, alles fertig. Und ich hab ja auch noch die Strafaufgaben gemacht, die du mir gegeben hast. Ein ganzes Buch schon. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass du das... Ich hab zwölf Seiten vollgeschrieben. Wirklich? Dass du das echt machst? Also, ich bin echt stolz auf dich. Von mir aus gerne. Aber seid bitte, bevor es dunkel wird, zu Hause. Das gilt auch für dich, Pia. Tschüss, Mama und danke. Tschüss, Frau Vogel. So, Pia, wo wohnt denn jetzt Mr. Handsome? Hm, ist das weit? Wo müssen wir lang? Also, eigentlich wohnt er hier ganz in der Nähe. Nur die Straße runter und dann links und dann die zweite rechts. Das ist der Schleichweg 16. Pia, und hier soll das sein? Ja, genau. Guck auf den Briefkasten Nummer 16. Da hab ich den Brief eingeworfen. Oh, runter, na runter. Die Tür geht auf. Versteck dich. So, jetzt müssen wir ganz leise sein und unsere Ohren aufsperren. Vielleicht können wir ja was verstehen, was die sagen. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Einkaufszentrum. Bis später dann, mein Schatz. Oh Mann, die haben sich geküsst. Hast du die Frau gesehen? Ja. Ist das deine Frau oder seine Freundin? Ich weiß es nicht. Sondern es hat sie sich geküsst? Und irgendwas mit Einkaufszentrum oder so. Also, ich hab das auch so gehört. Ich glaube, er will ins Einkaufszentrum gehen und sie kommt nicht mit. Ja, du hast recht. Er geht alleine. Komm, Hannah. Wir heften uns an seine Fersen und folgen ihm ins Einkaufszentrum. Er darf uns aber auf gar keinen Fall sehen. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Da ist er. Ja, aber was will er denn im Brautmodengeschäft? Hallo, herzlich willkommen in Barbaras Brautmoden. Wie kann ich Ihnen helfen? Keine Ahnung, was er in diesem Brautmodengeschäft möchte. Will er vielleicht doch jetzt heiraten? Hm, vielleicht heiratet nur jemand. Vielleicht ein Freund von ihm. Ja, genau. Und er will ein Geschenk kaufen. Vielleicht kann ich hören, was Sie sagen. Ah, Sie suchen einen Verlobungsring. Ja, da haben wir eine ganz tolle Auswahl da. Was? Verloben? Bitte? Pia, ich glaube, wir haben richtig gehört. Der will bald heiraten. Also, seine Freundin wird bald seine Frau. Oh nein, Hanna, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Was machen wir jetzt? Hm, dann wollen wir doch mal schauen, was das Internet so zur Verlobung sagt. Ein Eheversprechen. Okay, habe ich mir schon gedacht, dass die jetzt heiraten wollen. Aber da stand auch, dass es zwölf Monate dauern kann, bis jemand heiratet, nachdem er sich verlobt hat. Da habe ich ja noch genug Zeit. Bis dahin kann ich wirklich einen so guten Plan ausarbeiten, um diese Hochzeit zu verhindern. Das wird spitze. Ach, aber jetzt erst mal zur Schule. Mama, ich gehe dann los. Bis später. Hm, was haben wir denn heute als erstes? Ich glaube, Englisch. Oh, da kann ich Mr. Hanson wiedersehen. Oh, oh, ich hätte vielleicht nicht doch vor der Schule noch im Internet surfen sollen. Jetzt bin ich ziemlich spät dran. Jetzt aber schnell in den Klassenraum. Wenn ich zu spät komme, dann wird das Mr. Hanson gar nicht gefallen. Hey, Pia, just wait. Oh, wir sind ja nicht im Englischunterricht. Du, Pia, kann es sein, dass du einen neuen Rucksack hast? Äh, oh, Mr. Hanson. Ja. Das ist ja toll, dass Ihnen das aufgefallen ist. Ich habe einen neuen Rucksack. Schick, oder? Oh Mann, er beachtet mich wirklich. Du, Pia, was ich dich noch fragen wollte. Also, wo ist denn die Orange-Marmelade geblieben, die deine Mutter mir liefern wollte? Also, ich hatte mich wirklich gefreut und ich habe die ganze Zeit gewartet. Aber es ist leider nichts gekommen. Ist irgendwas passiert? Äh, oh ja, stimmt. Das hatte ich Ihnen ja versprochen. Muss meine Mutter wohl vergessen haben. Ich werde Sie noch mal dran erinnern. Oh Mann, ich hätte mich fast verquatscht. Oh, jetzt aber schnell in den Unterricht, sonst komme ich zu spät. Das gefällt Mr. Hanson sicherlich nicht. Naja gut, bis gleich dann im Unterricht. Naja, ich habe zwar keine Orange-Marmelade bekommen, dafür aber einen Liebesbrief. Und ich wette, der war von Pia. Oh, sind ja schon alle da. Hey Pia, du, ich habe Folgendes gedacht. Also, da Luisa ja noch krank ist, dachte ich, vielleicht kann ich mich ja neben dich setzen. Äh, John, aber vielleicht hättest du mich vorher fragen können. Ich frage dich doch gerade. Zu spät, ist mir egal. Mach, was du willst. Naja, ich dachte halt nur, es wäre ganz nett, wenn du nicht alleine hier sitzt. Ist das denn so schlimm? Wie gesagt, John, ist mir egal. Ich habe viel wichtigere Sachen im Kopf. Hey Hannah, ich muss dir unbedingt was erzählen. Was denn, Pia? Erzähl schon. Ich habe heute Morgen im Internet geguckt, wegen der Hochzeit. Und ich habe was herausgefunden. Wenn man sich verlobt hat, dann kann das ungefähr ein Jahr dauern, bis man dann noch heiratet. Wir haben also noch genug Zeit, um das zu verhindern. Was? Wie bitte? Habe ich das richtig gehört? Eine Hochzeit verhindern? Wieso das denn? Dave, du hast das nicht gehört. Das geht dich überhaupt nichts an. Ach Pia, du bist verrückt geworden. Ich habe dir schon gesagt, ich mache da nicht mit. Ich finde das nicht gut. Aber Hannah, du bist doch meine Freundin und ich dachte, wir gehen durch dick und dünn. Dann musst du mir doch bei sowas helfen. Good morning, good morning. Schon wieder so wenige Schüler. Oh, da ist er ja schon. Oh, meine Knie werden ganz weich. Alright people, please sit down. Hey, Pia, Pia. Hey, willst du dich nicht langsam hinsetzen? Pia? Äh, na, natürlich, klar. Ich setze mich schon. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Okay, so, good morning everybody. Good morning, Mr. Handsome. So, we start immediately with the lesson with some words. Please say this in English. Verlobung. Hier, hier, Mr. Handsome, Mr. Handsome, hier, ich weiß es. I know it, I know it. Okay, Dave, ja, dann leg mal los. Ich meine, here you go, okay. I think it's engagement. No, engagement, yes. Ja, richtig, very good. Okay, the next word is Hochzeit. In English, please. Hier, hier, marriage, marriage. Alright, very good, John. Also Kinder, ihr seht, das heutige Thema ist Hochzeiten und alles, was so drumherum passiert. Also ich habe das Thema heute gewählt, weil ich euch sagen wollte, dass ich bald heirate. Oh, das finde ich richtig toll, so romantisch. Mr. Handsome heiratet. Hannah, vielen Dank, vielen Dank. Es freut mich richtig, dass du dich so freust. I'm not happy. I'm very sad. Äh, what did you say, Pia? Äh, nothing. I was just thinking. So, wir haben jetzt hier schon zwei Vokabeln, einmal Engagement und Marriage. Was fallen euch sonst noch für Vokabeln ein? Äh, husband and wife. Very good, very good. Also Leute, so hätten wir schon das Schaubild hier fast fertig, aber was fehlt denn noch? Hm, war es das oder hat irgendjemand noch eine Idee? Hm, Divorce. Scheidung. Ja, very good, very good. Äh, Pia, wenn du möchtest, kannst du das selbst hier anschreiben. Oh, oh, ich glaube, jetzt wird es ziemlich unangenehm und peinlich. Wie, verstehe ich gerade nicht. Ach, oder meinst du etwa, dass ihr diese Hochzeit hier verhindern möchtet? Hm, wie schreibt man denn das nochmal? Divorce. Ach. Äh, du, Pia, also vielen Dank, dass du hier an die Tafel gekommen bist, aber was wird das? Divorce, so. Ganz viele Ausrufezeichen, das ist viel wichtiger. Oh Mann, sie hat das ganze Schaubild versaut und hat riesengroß Divorce drüber geschrieben. Ach, das ist doch nicht das Wichtigste. Naja, gut, ich wische das mal schnell weg. Also, Kinder, das war's dann. Ab in die Pause mit euch. Komm, Dave, wer als erstes beim Klettergerüst ist. Ah, ich, ich natürlich. Nein, ich. Äh, du, Pia, bleibst du noch einen Augenblick hier? Ich muss kurz mal mit dir reden. Hm, mit mir? Warum denn? Also, ich hab doch nichts gemacht. Ich würd dich bitten, einfach mal kurz hier zubleiben, okay? Ganz kurz nur. Oh, oh, ich glaub, jetzt wird's für Pia ernst. Bestimmt geht's um den Liebesbrief. Also, Pia, es geht um Folgendes. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern, als ich dir meine Adresse gegeben hatte, wegen der Orangenmarmelade? Äh, ja, das hatten wir doch eben grad schon. Meine Mutter hat das einfach vergessen. Also, ich werd dir das nochmal sagen. Kann ich denn bitte gehen? Ja, ich weiß, was du mir eben erklärt. Aber, ähm, anstatt der Orangenmarmelade ist ein Liebesbrief bei mir angekommen. Äh, weißt du irgendwas darüber? Also, um ehrlich zu sein, Pia, ähm, niemand außer dir, also, hat meine Adresse von den Schülern und Schülerinnen. Und die Rechtschreibung war auch nicht so sauber. Da geh ich mal von aus, dass das irgendjemand war. Naja. Äh. Ne? Also, ich war das nicht, wenn sie meinen, dass ich das war. Also, ich hab keinen Brief geschrieben. Und, äh, das mit der Orangenmarmelade, das macht meine Mutter noch. Ja, aber, Pia, guck doch mal eben auch, wie du auf die Hochzeit reagiert hast. Direkt das englische Wort für Scheidung, dick und fett auf die Tafel. Also, bist du dir sicher, dass du das nicht warst? Äh, oh, ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Oh. Pia, sag mir doch einfach die Wahrheit. Ich, ich, ich werd doch nicht schimpfen oder so, also, wenn du das jetzt denkst. Na, na, ich bin nicht böse oder so. Mr. Hansen, ich liebe sie! Du, Pia, also, du weißt, dass ich, äh, eine Freundin hab. Also, ich werd bald heiraten. Und, außerdem, es gibt doch bestimmt tolle Jungs in deinem Alter. Wie, wie, wie ist es denn mit John? Also, ihr redet ja ganz schön oft. Ich weiß, ich weiß es mit der, mit der Hochzeit. Ich hab, na, egal. Oh Mann, und John? Von John möchte ich einfach nichts. Ich möchte, ich möchte, dass wir zusammen sind. Also, ich möchte Mrs. Handsome sein. Aber, Pia, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Also, tut mir leid, ich liebe dich nicht. Und, äh, außerdem ist doch heiraten eher so ein Erwachsenending. Also, was ist hier denn los? Sie werden das nie verstehen. Ich liebe sie einfach. Ich liebe ihre tollen Haare. Alles an ihnen. Oh mein Gott, es ist doch schlimmer, als ich gedacht habe. Also, damit hätte ich ja nie gerechnet. Oh Mann, oh Mann. Ach, schade. Jetzt ist der Film zu Ende. Ja, der ging echt nicht lange. Aber ich find's auf jeden Fall richtig cool, dass ich heute bei dir übernachten darf. Ich war schon richtig lange nicht hier bei dir. Ich find's auch richtig cool, Hannah. Meistens haben wir uns ja bei dir getroffen. Aber heute bist du endlich mal wieder bei mir. Und wenn du dann bei mir schläfst, dann klapp mir einfach hier dieses Sofa aus. Das ist ein richtig cooles Schlafsofa, aber das weißt du ja schon. Noch gehen wir aber nicht ins Bett. Genau, nur ein bisschen Probeliegen. Ja. Ähm, sag mal, Pia, irgendwas hat sich auch in deinem Zimmer verändert. Hast du einen neuen Kleiderschrank? Klub, klub, klub. Pia, Hannah, habt ihr Lust auf Kuchen? Oh, hallo, du. Hm, ja, auf Kuchen hab ich auf jeden Fall Lust. Ich auch, Mama. Kommt einfach in ein paar Minuten runter. Ich hab schon alles gedeckt. Oh, ich muss sagen, Mama macht wirklich ganz, ganz tollen Kuchen. Ich frag mich, was es heute für einen gibt. Oh, heute hab ich mal meine Quark-Erdbeertorte gemacht. Die wird den Mädchen gut schmecken. Hm, hat's da grad an der Tür geschält? Ich glaub, da steht ein junger Mann. Hm, mal schauen. Also, den kenn ich nicht. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht will der was verkaufen. Hallo, guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag. Herr Handsome, mein Name. Ich bin der Englischlehrer von ihrer Tochter Pia. Ach, ich hab schon viel von Ihnen gehört. Kommen Sie doch rein. Okay, ja. Also, Sie können gerne hier Platz nehmen. Also, ich kann Ihnen auch einen Kaffee machen. Nee, nee, alles gut. Ich wollte eigentlich nur kurz mit Ihnen quatschen. Ich will auch nicht allzu lange bleiben, weil ich bin eigentlich nur hier, weil... Weil Pia etwas ausgefressen hat? Was hat sie denn gemacht? Also, hat sie sich irgendwie schlecht benommen in der Schule? Oder, ähm, hat sie schlechte Noten? Äh, nein, eigentlich nicht. Sie ist eigentlich momentan ziemlich gut in meinem Unterricht. Es geht um was anderes. Hat sie gestört? Oder hat sie vielleicht ihre Hausabgaben nicht gemacht? Komm, wir gehen runter, Pia. Ja, ich hab schon richtig Hunger auf den Kuchen. Hm, ist da jemand bei euch im Wohnzimmer? Hm. Oh, ich trau' meinen Augen nicht. Ist das etwa Mr. Hanson? Ja, er ist es. Oh Mann, das hab ich mir so oft gewünscht, dass er hier einfach bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzt. Nein, also, das mit den Hausaufgaben ist auch gar kein Problem. Sie macht sehr, sehr gut mit und sie denkt auch immer an ihre Hausaufgaben. Das Problem ist einfach nur... Oh, Mr. Hanson, was für eine tolle Überraschung, dass Sie da sind. Ich freu' mich total. Anna, du bist ja auch da. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, hi. Oh, Mama, darf Mr. Hanson bitte mit uns Kuchen essen? Bitte. Ach, Pia, das ist eine schöne Idee. Ich stell' schnell noch einen Teller hin und noch einen weiteren Stuhl. Da können wir gemütlich alle zusammen Kaffee und Kuchen essen. Leute, stopp, halt, wartet. Sie mögen doch Erdbeer-Quark-Torte, oder? Ratzfatz werde ich hier noch einen Stuhl hinstellen und einen weiteren Teller und dann können wir gemütlich zusammensitzen und dann erfahre ich hoffentlich endlich, was Pia ausgefressen hat. Also, eine Erdbeer-Quark-Torte ist wahrscheinlich sehr, sehr lecker. Hätte ich, habe ich auch ziemlich Hunger drauf jetzt. Aber jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich möchte doch einfach nur... Oh, Hanna, ist das nicht total aufregend, dass Mr. Hanson hier bei mir zu Hause ist? Guck mal, Pia, da läuft eine schöne Sendung über Pferde. Meinst du, Mr. Hanson ist vielleicht hier, um das mit dem Liebesbrief deinen Eltern zu erzählen? Glaub ich nicht. Ach ja, Herr Hanson, hier können Sie sich hinsetzen und dann leben Sie sich gerne ein großes Stück Kuchen. Also, ich habe genug gemacht. Nicht schüchtern sein, einfach zugreifen. Also, von mir aus kann Mr. Hanson das ruhig meiner Mutter sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Das kann die ganze Welt erfahren. Ich liebe Mr. Hanson. Also, den Kuchen haben Sie ja schon gesehen. Kann ich Ihnen auch Kaffee einschütten oder wäre es vielleicht lieber ein Tee? Oder ich habe sonst auch noch Saft oder Wasser da. Oh Mann, an den Anblick könnte ich mich wirklich gewöhnen. Dann würde Mr. Hanson immer hier sitzen bei uns. Oh, toll. Stopp, 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 bitte. Jetzt sitze ich hier mit meiner Erdbeerquarktorte und eigentlich möchte ich was ganz anderes klären. Ach ja, genau, da waren wir ja stehen geblieben. Pierre, möchtest du uns vielleicht selber sagen, was du ausgefressen hast? Äh, was? Äh, also Mama, ich habe gar nichts ausgefressen. Ich war wirklich ganz gut in der Schule die letzte Zeit und vielleicht ist Mr. Hanson ja hier wegen der, äh, Orangenmarmelade. Ja! Äh, nein, also um Orangenmarmelade geht das heute auch nicht. Ach, wie lange bin ich hier schon? Zwei Stunden oder so? Ach, das ist mein Stichwort. Ich habe im Keller noch ein Glas Orangenmarmelade und, wenn Sie mögen, auch noch Erdbeer. Ach, da hatten Sie ja Glück. Ich hatte noch zwei Gläser und ich mache auch bald wieder neue Marmelade. Also Sie können dann gerne wiederkommen. Ich kann ab und zu Ihnen, äh, auch, oder Pierre kann ich dann ein Glas mitgeben, wenn Sie die gerne essen. Das mache ich wirklich liebend gern. Hören Sie, bitte hören Sie, hören Sie mir zu. Nein, bitte hören Sie mir zu. Erdbeer und Orange. Hören Sie mir zu. Ich merke schon, das wird nichts. Wie wäre es denn, wenn wir das in einem, äh, ja, Vier-Augen-Gespräch mal klären? Kommen Sie am Elternsprechtag vorbei oder wir können auch gerne eine Sprechzeit bei mir jetzt ausmachen für die nächsten Tage. Da kommen Sie einfach in die Schule. Aber Herr Hensam, die Marmeladen! Und Sie haben Ihren Kuchen auch noch nicht aufgegessen. Äh, nein, 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 nein. Vielen Dank, vielen Dank. Bitte melden Sie sich bei mir. Oh Mann, oh Mann. Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, hier vorbeizuschauen? Ach Mensch, schade. So ein netter Englischlehrer. Hat Ihnen wohl der Kuchen nicht geschmeckt? Oder warum ist er schon wieder abgehauen? Ich weiß auch nicht. Schade. Es ist doch ganz gut, dass er es nicht meiner Mama erzählt hat. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würde. Pia, früher oder später wird das sowieso rauskommen. Du hast ihm doch sowieso schon einen Brief geschrieben. Also, das kannst du nicht mehr lange geheim halten. Oh, das ist so eine tolle Serie. Ich habe mir so gewünscht, dass die beiden ein Pärchen werden. Ach, wie süß. Äh, ja Mama, ich verstehe die Serie nicht ganz. Also, was heißt denn das mit um die Liebe kämpfen, hä? Wie ist denn das gemeint? Weil ich meine, wenn man kämpft, dann verletzt man sich doch auch. Und das ist doch gefährlich. Ach, Pia, so ist das doch nicht gemeint. Also, da ist nicht wirklich kämpfen gemeint. Man meint, dass man sich sehr viel Mühe gibt, um jemanden für sich zu gewinnen. Ach, echt? Also, und das soll funktionieren? Ja, genau, so nennt sich das. Äh, ich gehe auf mein Zimmer, Mama. Viel Spaß mit der Serie. Oh, Pia! Warum ist sie denn jetzt einfach aufgesprungen? Es war doch gerade so spannend. Also, ich muss um die Liebe kämpfen. Wie soll ich das nur anstellen? Pia, jetzt denk nach. Lass dir was einfallen. So schwer kann es doch nicht sein. Ich hab's. Pia, nicht verzagen. Einfach das Internet fragen. Um die Liebe kämpfen. Oder viel besser, äh, jemanden für sich gewinnen. Oh, da hab ich was. Wow, so einfach soll das sein? Cool. Genau so mach ich das. Also, wenn das klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Hm. Äh, du, Mama. Sag mal, du bist doch später weg, oder? Also, du hast doch noch einen Termin heute. Äh, ja, genau, Pia. Ich hab doch gleich den Nähkurs mit meinen Freundinnen. Hm, du liebste Mama, sag mal, hm. Kannst du mir schon mal mein Taschengeld geben, bitte? Nicht erst am dritten, okay? Ah, ja, ja, okay. Das geb ich dir ein bisschen früher. Moment. Oh, super, weil ohne Geld kann ich das auf jeden Fall nicht machen. Hier, Pia, bitte. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ja, ja, Mama, wie immer. Mama, äh, ich muss dann noch mal weg, okay? Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich erst, wenn du wieder da bist. Äh, Pia? Äh, okay, dann bis später. Schlüssel hast du ja dabei. Hm, komisch. Hm, wo geh ich denn jetzt am besten mit den 10 Euro hin? Also, ich muss ja davon was kaufen für uns beide. Hm. Ah, ich hab ne super gute Idee. Ich glaub, das wird was. Ab zum Burgerladen, weil da kriegt man bestimmt auch was für 10 Euro. So, für sie dann zwei Hotdogs. Ist das richtig? Ja, dann lasst es euch schmecken. Guten Appetit, sag ich da nur. Und was darf's für die kleine Dame hier unten sein? Äh, äh, hallo erstmal. Also, äh, ich wollte was kaufen bei Ihnen. Äh, was, äh, was bekommt man denn für 10 Euro? Weil, äh, mehr Geld als das hab ich nicht. Und das muss reichen für zwei Personen. Oh, ne Preisliste haben wir hier an der Tafel, siehst du? Also, so ein, äh, großer Burger kostet 4,50. Oder ein Hotdog für 2,80. Oder Pommes, 2,20. Na, was du willst halt. Äh, na gut, dann nehm ich, äh, einmal den Hamburger. Und einmal den Hotdog. Und, ähm, ach so, dann reicht das noch. Ja gut, und dann eine Portion Pommes. Oh, da hat ja jemand mächtig Hunger. Kommt sofort! So, ich komm mal vor die Theke. Hier hast du es. Dann, äh, vielen Dank. Und, äh, einen schönen Tag noch. Ja, ebenso. Und komm mal bald wieder, ne? So, und jetzt ab nach Hause, bevor das Essen kalt wird. Das tue ich am besten direkt in die Küche. Und dann muss ich unbedingt telefonieren. Äh, Mr. Hansel? Ja, äh, hier ist, äh, Pias Mutter. Sie wollten doch letztens, äh, noch mit mir reden. Ähm, haben Sie vielleicht Zeit, heute vorbeizukommen? Ja? Ähm, so kurz vor vier? Passt das Ihnen? Ja, ähm, gut, dann, äh, bis später dann. Tschüss. Oh Mann, das hat ja super geklappt. Der hat wirklich gedacht, dass ich meine Mutter bin. Äh, und jetzt kommt der wirklich zu mir nach Hause. Ich muss aber schnell noch dekorieren. Also hier ist auf jeden Fall mein Tisch aus dem Zimmer. Dann Gläser, Teller und auch ein bisschen Blumendeko. Das sieht toll aus. Hm, also das Essen ist irgendwie schon kalt. Aber ich glaube, das schmeckt auch kalt. Habe ich jetzt schon mal hier hingetan. Was fehlt denn noch? Pommes teilen wir uns dann? Getränke sind schon drin. Hm, ach ja. Was bei einem Candle hat denn auf gar keinen Fall fehlen darf, sind ja die Kerzen. Super. Ich glaube, das wird Mr. Handsome richtig gut gefallen. Oh, hat es da gerade geklingelt? Das muss er sein. Oh, oh. Also ich hoffe, das klappt heute. Beim letzten Mal war das ja nicht so erfolgreich. Da war die Mutter ja total aus dem Häuschen. Naja, aber heute wird es besser. Ah, guten Tag, Pia. Ich wollte eigentlich, dass deine Mutter ist. Die schon, also die müsste zu Hause sein, oder? Sie können ja schon mal reinkommen, Mr. Handsome. Okay. Einfach hier in die Küche rein. Hä, in die Küche? Okay, aber wo ist denn jetzt deine Mutter? Äh, die kommt gleich. Sie können ja hier Platz nehmen und eine Kleinigkeit essen, hm? Oh, sind das Hot Dogs und ein Hamburger? Mhm. Also eigentlich habe ich schon ein bisschen Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen, also... Ja, dann greifen Sie zu. Okay. Äh, Mr. Handsome, das habe ich alles nur für Sie gemacht. Wie? Ach so, du meinst also, du hast es selber gemacht. Ja, finde ich toll. Wo bleibt denn jetzt deine Mutter eigentlich? Ich muss auch später wieder los. Warte mal, warte mal, warte mal. Das kommt mir gerade ein bisschen komisch. Der Tisch, dekoriert, Essen und dann noch Kerzen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das habe ich für Sie gemacht. Oh Gott, das ist ein Kernleit-Dinner. Pia, also... Nicht schon wieder. Also Pia, jetzt... Nicht schon wieder die gleiche Geschichte. Ich habe es dir beim letzten Mal schon gesagt, ne? Aber, Mr. Handsome... Nein, 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 nein. Sie hatten noch Hunger. Nein, aber trotzdem, so nicht. Und lass mich raten, deine Mutter ist bestimmt gar nicht da. Du hast bestimmt bei mir angerufen, oder? Wobei ich sagen muss, deine Stimme klingt echt wie die deiner Mutter am Telefon. Es tut mir leid. Mr. Handsome, ich wollte Ihnen doch nur eine Freude machen. Und ich wollte, dass ich Sie für mich gewinne. Wie in der Serie. Um die Liebe kämpfen. Ja. Pia, nee, einfach nein. Nee, gar nicht. So nicht. Nee, 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 nee. Wir sehen uns im Unterricht. Schon wieder bin ich drauf reingefallen. Aber, Mr. Handsome, was ist denn mit dem Essen? Gehen Sie noch nicht. Pia, ich bin wieder zurück. Och, Pia, das sieht ja toll aus. Wolltest du mich mit Essen überraschen? Toll, danke. Hallo, Mama. Nein, nicht dich. Ich wollte eigentlich... Och, Pia, mein Schatz. Weim doch nicht. Ist doch richtig gut angekommen. Was ist denn los? Ach, Mama. Das war gar nicht nur für... Das war gar nicht für dich. Das war eigentlich für Mr. Handsome. Pia, dein Englischlehrer? Mr. Handsome? Für den hast du das alles so toll hergerichtet? Mhm. Weil, Mama, weißt du was? Ich finde Mr. Handsome richtig gut. Glaube, ich bin verliebt. Ach, Pia-Lein. Du bist ja niedlich. Ich war damals auch mal in einen älteren Jungen verliebt. Ach, Pia. Wer diese tolle Deko und dieses leckere Essen ausschlägt, der hat dich nicht verdient. Meinst du wirklich? Also, ich glaube, ein Junge in meinem Alter, der hätte sich bestimmt gefreut. Aber vielleicht ist Mr. Handsome einfach zu alt. Vielleicht mag er auch keine Cheeseburger. Ach, Pia. Ja. Such dir lieber einen Jungen in deinem Alter. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Lass es dir schmecken. Danke. Wer ruft denn bitte so früh am Morgen an? Wer kann das denn sein? Claudia Vogel, hallo? Ach, du bist. Hanna, Telefon für dich. Oh, ich komme ja schon. Wer ruft denn so früh morgens an? Wer ist da dran, Mama? Pia? Ja, genau. Was gibt's, Pia? Wir sehen uns doch sowieso gleich in der Schule. Hm? Das kannst du auf gar keinen Fall machen. Also, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, auf jeden Fall lassen. Auf gar keinen Fall. Oh Mann, mit Pia ist echt nicht zu reden. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kann man ihr das nicht mehr ausreden. Hanna? Hanna? Hat die einfach aufgelegt? Oh Mann, ich dachte, die sei meine Freundin. Da muss ich mich doch unterstützen bei den Sachen, die ich vorhabe. Naja, ich werde meinen Plan auf jeden Fall in die Tat umsetzen. Das wird super gut, die Überraschung. Ich werde heute extra früh in der Schule sein. Ich muss noch einiges vorbereiten. Zum Glück ist noch gar keiner da. Dann habe ich hier meine Ruhe. Also, so wie der Klassenraum aussieht, so kann er auf jeden Fall nicht bleiben. Als allererstes schreibe ich eine Botschaft an die Tafel. I, Herz, U. I love you heißt das. Das sieht echt gut aus. Habe ich gar nicht gedacht, dass das so gut wird. Ich glaube, da wird er sich richtig drüber freuen. So, was mache ich denn mal als nächstes? Ich muss hier auf jeden Fall umdekorieren. Als allererstes setze ich hier meinen Schultornisten ab. Der hilft mir überhaupt nicht bei meiner Arbeit. Hm, wo wollen wir denn die Blumen hinliefern? Also, ich habe noch nie in einer Grundschule so viele Blumen abgeliefert. Also, ich habe das auch noch nicht gemacht. Aber, ich meine, vielleicht sind die Blumen für einen Lehrer oder eine Lehrerin zum Valentinstag. Wir warten einfach hier. Ach, guten Tag. Die Blumen sind für mich. Die können Sie einfach nach oben ins Klassenzimmer. Oben rechts einfach hinstellen. Den Rest mache ich dann. Hm, okay, alles klar. Boah, so viele Blumen. Die sind total schön. Ich glaube, das wird eine richtig gute Überraschung. Also, so langsam habe ich alles hergerichtet. Das sieht einfach toll aus. Das Klassenzimmer ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Pia, was hast du hier gemacht? Ich habe dir doch extra gesagt, mach es nicht. Die ganze Klasse sieht aus wie ein Garten. Das ist ja eine Riesenkatastrophe. Oh, Hanna, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde es total schön. Mal was anderes. Passend zum Valentinstag. Pia, das wird total peinlich für dich. Wir müssen das schnell alles abbauen. Wo sollen wir das denn jetzt alles hintun? Hanna, fass ja nicht... Komm, pack mal mit an. Nein, fass die Sache nicht an. Lass sie da liegen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Also, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, Hanna. Sowas Tolles. Du bist ja sowas von romantisch. So viele Blumen nur für mich. Die Überraschung ist dir auf jeden Fall gelungen heute. Dave, komm ja nicht auf die Idee, hier irgendwas anzufassen. Die Blumen sind nicht für dich. Dave, tut mir leid. Also, das ist nicht deine Überraschung. Diese Überraschung hat Pia gemacht. Okay. Und du bekommst aber später noch was von mir, was selbst gemacht ist. Ah, super. Na ja, gut, dann sage ich halt nichts mehr. Pia, also die Überraschung, die ist dir auf jeden Fall echt gelungen. Auch wenn es nicht für mich ist, aber es sieht echt schön aus. Ich setze mich mal hin. Ich gucke mir das von hier an. Also, lasst euch von mir nicht stören. Ach, du Dickes. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das... Bin ich hier im Blumenladen oder was? Also, war mit meinen Eltern letztens in so einem botanischen Garten. Da muss ich Eintritt zahlen. Muss ich das hier auch jetzt? Ritschi, halt dich heute einfach zurück. Ein falsches Wort und Pia flippt aus. Also, am besten gar nichts sagen. Da ist einmal Valentinsack und schon flippen die Streber wieder aus. Oh Mann, wo haben die nur das Geld her und überhaupt die Nerven dafür? Oh Mann, oh Mann. Also, hätte doch Pia nur damals für mich so eine Überraschung gemacht. Ich wünsche nur, sie wäre meine Freundin und hätte diese Überraschung jetzt für mich gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das für mich ist. Also, für wen diese Überraschung auch ist, der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Diese ganzen Blumen und so und wie das duftet. Einfach nur, einfach nur super. Klasse. Good morning, Kids. Tut mir leid, Leute. Ich bin ein bisschen zu spät, Leute. Die Kaffeemaschine hat mal wieder rumgespinnt. Was? Kinder, was ist hier denn los? Also, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier einen Blumenladen haben. Wo kommen die ganzen Blumen her, Kinder? So war das aber jetzt hier nicht gedacht. Toll, das war es dann auch mit dem Kaffee. John, ich packe mal kurz meine Tasse hier auf den Tisch. Ich muss das mal sauber machen. Ja, ist überhaupt kein Problem, Mr. Handsome. Also, der Klassenraum sieht doch echt schön aus. Das ist eine Überraschung und ist leider nicht für mich, glaube ich. Oh Mann, ganz ruhig bleiben. Jetzt gleich eskaliert das Ganze. Oh, guten Morgen, Mr. Handsome. Alles Gute zum Walddienstag. Was steht denn da an der Tafel? I love you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist hier nur los? Naja, gut. Okay, Kids, dann machen wir wohl heute Unterricht hier im Garten. Ja, legen wir los. Aber wartet mal, wo ist denn jetzt mein Stuhl? Nee, 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 nee. Hier sitze ich ganz bestimmt nicht. Hier auf Rosen oder so. Das ist nicht so mein Ding. Gefällt Ihnen das nicht, Mr. Handsome? Das habe ich extra für Sie gemacht. Naja, ich versuch's mal. Aber könnt ihr mich denn überhaupt noch sehen? Und mit den ganzen Blumen hier... Oh Gott, das ist doch viel zu viel. Oh, super. Die Überraschung kommt bei Mr. Handsome gar nicht gut an. Das freut mich. Ich hoffe, irgendjemand fliegt hier gleich raus. Oh, und in der Nase juckt es auf einmal. Ah, ah, tsch. Oh Gott, ich glaube, ich bin allergisch gegen ein paar Blumen hier. Siehst du, Hannah, die Überraschung ist spitzenmäßig angekommen. Guck mal, wie er sich freut. Äh, Pia, ganz ehrlich. Also, ich glaube, das sind keine Freudentränen. Der hat eine Allergie. Ich glaube nicht, dass er es so gut findet. Naja, gut. Starten wir dann mal mit den Hausaufgaben. Holt ihr bitte eure Hälfte raus? Naja, die Tafel muss ich dann auch noch wischen. Wer das wohl war? Ja, bestimmt Pia. Wer sonst? Äh, Mr. Handsome, ganz kurz. Ich hätte da noch eine Frage. Äh, ja, bitte? Was gibt's denn? Und bitte sag nicht zu den Blumen. Bitte, 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 bitte. Also, es geht um diese Überraschung. Ist das eine Überraschung von ihrer Verlobten? Also, ich habe gehört, sie heiraten bald. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Und wo ist denn ihre Verlobte? Äh, gute Frage, Richie, natürlich. Hat zwar jetzt nichts mit Englisch zu tun, aber da muss sie ja kommen. Nee, meine Verlobte, die ist eigentlich zu Hause und normalerweise macht sie solch Sachen nicht. Aber, äh. Ich würde zwar niemanden hier angucken, aber Pia, was hast du mir noch angetan? Ach, das konntest du noch nicht machen. Äh, Mr. Handsome, ich wollte Ihnen nur eine Freude machen. Ist anscheinend nicht so gut gelungen. Hm, schade. Oh, Mist. Also, Kinder, wie ihr bereits wisst, bin ich ja morgen nicht da. Ähm, ihr wisst ja, was ihr morgen zu tun habt. Ja. So, ich habe dann hier auch schon die Hausaufgaben angeschrieben. Ähm, die könnt ihr auch gerne morgen machen. Dafür fällt die letzte Stunde aus. Ist ein bisschen mehr als sonst, aber dafür fällt halt die Stunde aus. Hm, was ist denn wohl mit Mr. Handsome los? Warum ist er denn morgen nicht da? Hm, ich muss ja echt nachforschen. Äh, Mr. Handsome, sind Sie denn dann übermorgen wieder da? Ja, genau. Ich fehle nur morgen. Übermorgen bin ich dann auch schon wieder da. Ja, weil morgen ist halt ein ganz besonderer Tag für mich. Oh, Hanna, ganz ehrlich, du Streberin, sei doch froh, dass morgen frei ist. Hanna, weißt du vielleicht, was jetzt mit Mr. Handsome ist, warum er nicht da ist? Ach, Pia, jetzt geht das schon wieder los. Ist doch egal. Wir haben einfach morgen frei und wir können dann vielleicht gemeinsam die Hausaufgaben machen. Ich muss es unbedingt herausfinden. Pia, das kann doch alles Mögliche sein. Vielleicht ist er morgen mit einem Kumpel verabredet. Ich weiß es nicht. Der hat einfach einen Tag Urlaub. Hm, aber er hat doch gesagt, das ist ein besonderer Tag. Irgendwas ganz, ganz Wichtiges muss anstehen. Oh, das ist ja richtig cool, dass morgen die letzte Stunde ausfällt. Vielleicht können wir ja irgendwie in die Eisdiele oder so. Das Wetter wird ja jetzt auch besser. Ja, also ich hätte auch Lust. Wir können ja direkt nach der Schule los. Äh, ohne uns. Hanna und ich, wir können nicht. Wir haben was anderes zu tun. Was viel Wichtigeres. Äh, haben wir? Pia, was haben wir denn zu tun? Also, das wäre doch schön, ein Eis zu essen. Nein, wir müssen was anderes erledigen. Oh, Hanna, jetzt frag doch nicht so offensichtlich. Das geht die anderen gar nichts an. Wir haben was zu tun, also. Okay. Also, wir können auf jeden Fall mal irgendwie in die Eisdiele gehen. Aber morgen auf gar keinen Fall. Oh, okay. Ihr habt's gehört. Also, Pia und ich sind verabredet. Sollen wir dann einfach zu zweit gehen? Pia, kannst du mir jetzt endlich mal erklären, was das in der Pause sollte? Äh, wie, was haben wir denn morgen vor? Jetzt sag doch endlich mal. Oh, Hanna, du stehst echt auf dem Schlauch. Wir müssen unbedingt herausfinden, was morgen mit Mr. Handsome ist. Warum kommt der nicht zur Arbeit? Also, zur Schule. Schatz, wo bist du denn? Claudia, hey, meinst du, der Anzug passt mir noch? Also, irgendwie, weiß ich nicht. Kommt mir irgendwie komisch vor. Martin, du siehst fabelhaft aus. Das steht dir sehr, sehr gut. Ja, toll siehst du aus. Ja, gut, okay. Hey, Papa, ich wusste gar nicht, dass wir hier am Nordpol sind. Ist das ein neuer Pyjama? Der sieht toll aus. Der sieht aus wie ein Pinguin. Ach, Kinder. Claudia, ich wusste es doch. Nein, das ist kein Pyjama. Wie ein Pinguin? Papa sieht ganz, ganz toll aus. Er trägt einen Anzug. Papa geht doch morgen auf die Hochzeit. Hallo, ich bin wieder da. Auf die Hochzeit von Harry Handsome. Ja, der Harry, der heiratet ja morgen in Playmobil City. In der Stadthalle. Oh Mann, habe ich das richtig gehört? Also. Oh Mann, habe ich das gerade richtig gehört? Jetzt weiß ich, was Mr. Handsome morgen macht, warum der nicht zur Schule kommt. Er wird heiraten. Oh, schön. Hallo, Leute. Papa, da gibt es doch bestimmt auch Bonnachstum. Papa, wie siehst du denn aus? Kann ich mitkommen, bitte? Kann ich dir auch mitkommen? Oh, Kinder, das geht leider nicht. Also, er feiert nur im kleinsten Kreis. Also, eure Mama wird auch nicht mitkommen. Nur ich bin jetzt erst mal eingeladen. Oh, schade. Oh Mann, das muss ich Pia sagen. Dann brauchen wir doch auch gar nicht morgen nach Schule irgendwie aufspionieren, was Mr. Handsome macht. Dann weiß ich doch jetzt, was er morgen macht. Äh, Mama, Papa, ich nehme mal das Telefon mit nach oben. Ich will gerade Pia anrufen. Okay, war sie heute nicht in der Schule oder wie? Verstehe ich gerade nicht. Ihr habt euch doch wahrscheinlich eben erst gesehen. Bis gleich. Oh Mann, Pia wird sicher enttäuscht sein, dass Mr. Handsome morgen schon heiratet. Aber ich hoffe, dann gibt sie endlich Ruhe. Hallo, ich bin's Hanna. Äh, ist Pia schon zu Hause? Achso, sie kommt gerade in die Tür rein. Ja, ich muss immer ganz dringend sprechen. Pia, ich weiß jetzt, was morgen ist. Warum Mr. Handsome nicht da ist. Der heiratet. Papa geht da auch hin. Also, wir brauchen nach der Schule nicht losziehen. Wir wissen jetzt genau, was mit ihm ist. Also, ja, 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 genau. Dann bis morgen. Hanna, bist du bereit? Wir müssen heute Nachmittag die Hochzeit verhindern. Pia, bist du verrückt? Wir können doch nicht die Hochzeit verhindern. Also, sowas, sowas mache ich nicht. Was habe ich da gehört? Was wollt ihr verhindern? Dass unsere Mathelehrerin Unterricht hier in der Schule gibt? Das, das, das geht nicht. Unsere Mathelehrerin muss bleiben. Oh, Richi, misch dich nicht ein. Es geht nicht um Mathe. Es geht nicht immer nur um Mathe und um die Mathelehrerin. Oh, ob wir das wirklich schaffen, das zu verhindern? Ich bin wirklich aufgeregt. Er soll nicht heiraten. Und wenn nur mich. Hier könnte es sein. Ich habe im Internet geguckt. Hier in diesem Pavillon, da scheinen wohl ganz viele Leute zu heiraten in Playmobil City. Ach, Pia. Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, die Hochzeit zu verhindern? Lass ihn doch einfach. Hanna, du bist doch meine Freundin. Du musst mich da unterstützen. Also. Ja, okay. Ich kann gar nichts sehen. Hanna, mach doch mal schnell eine Räuberleiter. Oh, Pia. Lange kann ich dich übernicht halten. Siehst du was? Oh, du bist schwer. Nicht so richtig. Oh, da sind total viele Leute. Ich kann gar nicht das Brautpaar sehen. Ist das Harry? Ja, das muss er sein. Der Bräutigam, der hat braune Haare. So wie er. Hanna, drück mir die Daumen, dass alles gut geht. Oh, Pia. Halt. Warte doch. Stopp. Du sollst nicht heiraten. Hast du mich gehört? Ich liebe dich, Harry. Harry. Och, was ist das denn für eine Kleine? Manuel, kennst du dieses Mädchen? Also, bitte entschuldige. Ich bin nicht der Harry. Suchst du vielleicht deinen Vater oder so? Oh Mann, wie peinlich. Ich würde am liebsten im Boden versinken. Das war gar nicht Harrys Hochzeit. Oh. Oh, ich mache mich lieber schnell aus dem Staub. Irgendwo muss er doch heiraten. Hanna, komm. Wir haben keine Zeit. Wir müssen Harry finden. War es doch nicht Mr. Hanson? Nein. Oh, Hanna, ich habe mich gerade total blamiert. Das war überhaupt nicht Mr. Hanson. Ach, aber dann ist doch jetzt gut. Wollen wir dich dann auch noch einfach mit in die Eisdiele gehen? Nein. Ich gebe doch nicht so schnell auf. Ich muss ihn unbedingt finden. Und wenn er hier nicht im Pavillon heiratet, dann vielleicht in der Kirche. Ach, Pia, das wird vielleicht dann auch peinlich. Ähm, er liebt doch seine Freundin sicher. Er wird doch trotzdem sicher heiraten. Hanna, ich kann doch echt nicht mich so schnell geschlagen geben. Ich muss doch um die Liebe kämpfen. Komm, da ist auch schon die Kirche. Schatz, endlich, endlich. Du bist meine Frau, meine Traumfrau. Und jetzt meine Ehefrau. Ich liebe dich. Hey, hey, ihr beiden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Glückwunsch. Ihr seid ein tolles Paar. Ach, das war wirklich eine herzzerreißende Trauung. Mir sind richtig die Tränen geflossen. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Habe ich etwa die Hochzeit schon verpasst? Hanna, guck doch mal. Die haben schon geheiratet. Die fahren mit dem Auto weg. Ach, Pia, das tut mir wirklich leid. Aber du wirst sicher irgendwann auch einen ganz, ganz tollen Freund finden, den du dann auch mal heiratest. Weinen doch nicht.